Neues Jahr und neues Glück, wie es so schön heißt. Wir haben ein neues Hauptset und öffnen das Ganze. Das erste Hauptset des Jahres, Battle of Cars. Ich bin gespannt, was wir ziehen. Hier sind viele coole Karten drin. Ich kenne jedoch noch nicht alle Karten hier draus. Und vor allem, ich weiß nicht, welche Raritätsverteilung. Denn man muss bedenken, hier gibt es ja immer noch OCG-Imports und TCG-Exclusives-Karten. Und diese Karten wollen wir natürlich auch ziehen und gucken, wie das Ganze eben ist. Erstmal hier übrigens zeitlose Schlachten. Ich glaube, das passt sehr gut zu diesem Set. Denn es ist ein neues Hauptset. Sprich, hier sind sehr viele neue Karten drin. Aber nicht nur irgendwie für irgendwelche neuen Decks. Nein, auch für Dunkler Magier und Blue Eyes gibt es hier sehr, sehr, sehr gute Karten drin. So, wir wollen das Ganze hier natürlich öffnen. Und wollen eben gucken, was hier drin ist. Natürlich, wie sie es gehört zu Hauptsets, können hier auch Starlights drin sein. Ich vermute, dass der Charmer auf jeden Fall eine Starlight ist. Weil bisher alle Charmers Starlight Rare waren. Dementsprechend würde das Ganze natürlich passen, wenn das Ganze jetzt hier auch wieder Starlight Rare sein würde. Aber erstmal müssen wir natürlich sowas ziehen. Wir gehen hier rein in die erste Karte und sehen Traumspiegel zu Pot. Was sehr, sehr, sehr cool ist. Wusste ich zum Beispiel nicht, dass Traumspiegel hier drin ist. Ja, wollen wir mal gucken, was sie kann. Dann, wir versuchen das mal so zu lesen. Falls diese Karte als normaler Spezialbeschwung beschworen wird, du kannst der Hand einen Jünger von deinem Deck hinzufügen. Okay, Searcher. Du kannst diese Karte Licht werden lassen. Nice. Licht und Dark Switch ist okay. Du kannst ein anderes Traumspiegelmonster als Reboot anbieten. Bestimme Traumspiegelmonster mit unterschiedlichen Stufen als Reboot angebotenen Monster von deinem Deck. Füge deine Hand einen Traumspiegel oder Traumspiegel hinzu, der bestimmten Monster erwähnt wird von deinem Deck hinzu. Ja, ist ganz nett. Ist cool. Ist auf jeden Fall cool, dass Traumspiegel hier drin ist. Allgemein, hier sind natürlich auch neue Archetypes drin. Und hier, ui, Version mit blauen Augen. Ja, Leute. Blue Eyes ist hier drin, was sehr, sehr cool ist. Ja, neue Blue Eyes Karte. Kann man nie von genug haben. Zimog bekommt ebenfalls hier ein bisschen Support drin, was sehr cool ist. Und Geistertrick bekommt ein Link-Monster, was auch sehr, sehr cool ist. Und Mutant ist hier ebenfalls drin. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht sogar, vielleicht sogar das Fusionsmonster ziehen. Beziehungsweise Ritualmonster von Dunkler Magier. Dann haben wir hier erstmal ein Ritualmonster. Ja, okay. Ist nicht das Ritualmonster. Was haben wir? Puppenglück ist hier drin. Puppenglück? Das wusste ich gar nicht, dass hier gerade hier drin ist. Okay. Okay, nice auf jeden Fall. Ist eine gute Support-Karte für das Deck-Thema. Wer es nicht weiß, es war die Kiste mit Freunden oder wie ist der Name genau? Genau. Du kannst eine Kiste voller Freude adden. Ja, ist sehr interessant. War auch mal eine Zeitweise sogar gespielt worden. Weiter geht's hier. Wir wollen gucken, ob wir hier... Uh, Nordisch. Ja, Leute. Nordisch ist hier nämlich auch drin. Genauso wie Dogmatikers Support. Nordisch bekommt eben unter anderem hier die Falle. Aber auch ein neues Monster. Und Nordisch, der Support ist ziemlich, ziemlich gut. Man muss sich bedenken, es ist immer noch Nordisch. Sprich, ja. Ganz oben mitspielen wird natürlich nicht so einfach. Klar, hier Puppenmonster brauchen wir natürlich eben für Kiste voller Freude. Das ist natürlich klar. Und wir haben hier... Uh, Meister des Chaos! Die erste Ultraware. Und Meister des Chaos ist eine Fusion. Nicht das Ritualmonster und die Fusion von Blue Ice, die wir ziehen wollten. Aber es ist eine Fusion mit dunkler Magier und einem Chaos- oder schwarz glänzenden Soldaten. Also gar nicht so einfach zu beschwören. Aber wir haben die erste Ultraware, was natürlich sehr, sehr cool ist. Artwork hier auch. Sehr, sehr interessant, muss ich sagen. So, weiter geht's. Wir haben hier schon jetzt... Ah, noch nicht mal die Hälfte. Also da ist noch viel zu sehen. Boah, Felsschuppe. Sieht cool aus. Artwork wieder 10 von 10. Aron und... Uh, Eindringling. Also Artworks sind wieder sehr, sehr gut. Und auch nochmal Puppenmonster. Wie gesagt, ist halt für den kleinen Archetype, was quasi eigentlich kein richtiger Archetype war, jetzt halt schon dazu geworden ist. Uh, wir ziehen ganz schön viel davon, muss ich sagen. Ähm, Feuer und... Uh, dunkler Vertrag. Ey, also... Ne, optisch sieht das schon schick aus. Sieht ja schon sehr, sehr schick aus. Und wir haben nochmal Z-Mog-Support. Ja, wie gesagt, wer hier, ähm, Karten sucht, die aus seiner Sicht halt, ähm, für die aktuellen Topdecks relevant sind, die gibt's ja... Oh, okay, gehen wir gleich drauf ein. Wir haben sie gezogen. Das Ritualenmonster für dunkle Magier. Illusion des Chaos. Oh mein Gott. In Secret Rare. Sehr schön. Sehr, sehr schön das Ganze. Und jetzt stellt er die wieder nicht scharf. Sehr, 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 sehr schön. Und, ähm, ja, diese Karte ist vor allen Dingen so gut, nicht einfach, weil wir sie Ritual beschwören sollen, weil wir ihren Search-Effekt nutzen sollen. Denn wir können diese Karte von der Hand vorzeigen. Füge deiner Hand ein dunkler Magier oder ein Nicht-Ritualmonster, die ihn, äh, die ihn erwähnt von den Deck hinzu. Oh, sprich, diese Karte sucht euch Souls. Super gute Karte. Super nice. Ähm, ja, also erstmal wollte ich ziehen. Habe ich gezogen. Sehr, sehr gut. Ja, aber worum geht's weiter? Genau. Hier ist der Dark Charmer drin, der sehr, sehr cool ist. Und, äh, ne, schon... Uuuuh. Und auch eine Blue-Eis-Fusion. Ja, das ist die Blue-Eis-Fusion. Hat Blue-Eis selber nicht in Namen. Was natürlich schade ist. Aber ist eine super gute Karte. Während der Mainface beschwören Fusionsmonster von, äh, das bläuge, weißen Drachen oder bläuge Ultimativen. Drachen als Material erwähnen. Als Fusionsbeschwerung von Extra Deck. Indem du das auf ihm ausgeführte Fusionsmonster von deiner Hand, deiner Spielwelt oder deinen Friedhof ins Deck mischt. Und von Friedhof, immer gut. Gute Fusionskarte. Ähm, ja, immer noch der Charmer. Charmer super gut. Wäre auch cool, wenn wir den natürlich holen würden. Hier, weil, ähm, ja, den Charmer, den kann man gebrauchen. Ist Dark, ist die letzte Eigenschaft. Dementsprechend, ähm, ist natürlich super, dass er jetzt auch draußen ist, endlich. Und, ah, ich dachte schon, das wäre er. Ja, Vampir bekommt hier auch nochmal Support. Und zusätzlich, was hier eine sehr, sehr gute Karte drin ist, ist eine, ähm, ja, ist eine Karte für Swordsoul und zwar ein Synchro-Monster. Vielleicht sehen wir das auch noch. Swordsoul ist ja ein Archetype, der auf Synchros basiert. Und, uh, Drachenbiss. Drachenbiss. Insekt-Empfänger. Insekt ist sehr interessant, einfach wegen Beat Trooper auch. Ähm, wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst einen Insekt-Monster-Stufe 4 oder Niedriger als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Leider nicht deckt, das wäre natürlich sehr stark gewesen. Du kannst einen Insekt-Monster-Stufe 4 oder Niedriger von deiner Hand, deinem Friedhof oder offen auf dem Spielfeld verbannen und dann einen auf dem Sponsor wählen, dass dein Gehner kontrolliert. Äh, erhöhe seine Stufe bis zum Ende des Spielzugs verbannte Monster. Okay, hiermit kann man Resonanz-Insekt verbannen, aber es gibt inzwischen schon andere Wege. Ich denke, die Karte wird im Beat Trooper jetzt hier nicht, ähm, ja, Play sehen. Zup. Und wir gehen weiter. Hier auch Magnetkrieger sind hier ebenfalls drin. Also ihr merkt, wir haben hier eine gute Kombination aus älteren Karten und auch neueren Karten. Nicht nur eben, ähm, komplett neu. Und natürlich mache ich mit neu und älter natürlich, ähm, bezogen auf die Archetypes, die man halt schon kennt. Denn natürlich kennt man Dunkler Magier, natürlich kennt man Beuger, weißer Drachen. Aber man kennt natürlich zum Beispiel Beat Trooper noch nicht. Oder auch eben, ähm, ja, einfach andere Archetypes. So, weiter geht's hier. Wollen wir mal gucken. Sind jetzt schon in der zweiten Hälfte hier. Sehr wichtig. Und, uh, Eisjade. Ja, Eisjade ist ebenfalls ein neuer Archetype. Komplett neu, der hier drin ist. Ähm, ist halt ein Wasser-Archetype, was immer interessant ist. Alleine wegen Morine der Gier oder so. Super gute Karte. Ähm, von daher natürlich interessant, ähm, Und zusätzlich halt hier Aqua. Da kann man auf jeden Fall viel zu machen. Ist aber noch ein Deck, ähm, wo man noch nicht so ganz weiß, wo die Reise hingeht. Ähm, weil man einfach auch noch nicht weiß, kommt dafür noch Support, kommt dafür noch nicht Support weiter. Ähm, ist halt der neue Archetype hier drin. Wieder Spiegel, äh, Traumspiegel, was sehr, sehr cool ist. Markierte hat hier auch noch mal drin. Markierte hat hier in letzter Zeit auch sehr viel Support bekommen. Uh, auch wieder. Von, Alter, vom Artwork hier alles 10 von 10. Trank des Lächelns. Falls dein Gegner ein Monster kontrolliert, dessen derzeitige Artikel höher als seine Grundartikel ist. Solange du kein Monster kontrollierst, zieh zwei Karten. Ja, nice. Zieh einfach zwei Karten. Ist cool. Die Karte ist ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob die in Anime ausgespielt wurde. Wäre auf jeden Fall. Ist das eine sehr, sehr, sehr coole Karte. Oh man, oh, Nordisch, der Schmied. Nordisch, Schmied, sehr gut. Ähm, ja, Nordisch Support, wie gesagt. Natürlich muss man bedenken, es gibt keine neuen nordischen Synchro-Monster. Wäre auch ein bisschen komisch. Es gibt ja eben schon die nordischen, ähm, Synchro-Monster. Und solange es, glaube ich, keine aktiven, äh, neuen Synchro-Monster zu geben wird, wird es, glaube ich, schwer, dass diese Decks eben auch mithalten können. Nochmal Konterfalle. Ist auch ganz nett. Aber, ähm, ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen den Charmer ziehen. Wir wollen noch den Charmer haben. Den Dark Charmer. Das wäre schon sehr cool. Denn, wie ich schon sagte, alle Eigenschaften sind bereits jetzt vertreten. Mit Ausnahme eben, ähm, von Dark. Und der ist dann hier drin. Eisjade Ultraware. Sehr, sehr gut. Ähm, ja. Ist ein Zauber- und Fallenkarten-Searcher. Was natürlich gut ist, ne? Zauber- und Fallenkarten-Searcher. Allgemein, wenn ein Archetype irgendwie was aus dem Deck spaschen kann, irgendwas searchen kann auf Summonen. Super gut. Super gut. Let's go. Also, das ist immer schon ein guter Anfang. Also, da lässt man sich immer sagen, okay, damit kann man arbeiten. Da kann man arbeiten. Da brauchen wir natürlich noch eine gute Zauber- und Falle. Weil, was bringt das, ist das, wenn wir eine gute, wenn wir Zauber- und Fallen suchen können, aber natürlich keine richtige Karte dafür haben. Nordisch regnet die Fallenkarte dafür. Auch eine gute Falle. Supportet das Deck-Thema halt wirklich. Also, Nordisch hat ja oft das Problem gehabt auch, dass man halt sich sagte, hm, ich weiß so die eine oder andere Karte nicht, die hier sozusagen reingehört. Ich weiß es nicht. Ich habe da mein Grundchor. Aber irgendwie passen halt keine guten Karten, die mit diesem Deck harmonieren. Ist jetzt nicht schlimm. Denn jetzt haben wir einfach Theben-eigene Karten. Ja, wer diese Karte kennt, vom Artwork her, ist angelehnt an eine ältere Karte. Jetzt hier auch als Synchro-Monster mit dabei. Ja, finde ich eigentlich sehr cool, dass ältere Karten vom Artwork her nochmal quasi erneuert werden und dann nochmal als Karte kommen. Hat so einen kleinen Nostalgie-Faktor. Macht die Karte natürlich nochmal besser. Hier jetzt in diesem Fall ein Synchro-Monster. Das Original-Monster ist kein Synchro-Monster. Ist einfach ein normales Monster. Aber finde ich immer sehr cool. Und der Zombie-Vampir. Ui, das ist natürlich krass. Und mir fällt gerade auf, wir haben das Cover-Monster gezogen. Wir haben einfach das Cover-Monster gezogen. Sehr, sehr cool. Also das macht es nochmal um einiges besser. So, ja. Vampir bekommt hier halt ebenfalls Support drin. Für das eine oder andere. Bei Zombies ist es ja so, dass es eher so ein Zombie-Misch ist. Man kann kaum sagen, man spielt ein Archetype. Man spielt eigentlich immer eine Kombination an Zombies. Einfach weil die gut harmonieren miteinander. Und auch hier natürlich ist Generic. Einfach mit zwei Stufe 8 Monstern. Aber generell ist natürlich klar, ist natürlich hier für Zombie gedacht. Ja. So. Der dunkle Charmer, bitte. Ich habe noch fünf Booster. Bitte gib mir den Charmer. Das wäre schon sehr, sehr gut. So, komm. Gib mir ihn. Oh, DDD. Ja, DDD bekommt ihr auch Support drin. Auch cool. Also ihr seht, hier ist eine Menge drin. Das ist eine bunte Mischung aus allem. Uh, uh. So. Da geht's. Los geht's. Ich sehe gerade. Uh. Agent. Schick. Hallo. Scharf stellen. Was soll das? Sieht schick aus. Sieht sehr, sehr schick aus. Sehr, sehr schick aus. Ah, wir haben noch drei. Ah, bitte Charmer. Ich will ihn. Bitte gib mir den Charmer. Ich will so gerne den Charmer ziehen. Das wäre so toll. Uh, noch eine Ultraware. Ui. Stimmt. Da muss ja noch eine Ultraware kommen. Sehr gut. Aber. Ich weiß gar nicht, was der Charmer ist. Für eine Rarität. Ich hoffe jetzt eine Superrare. Weil, falls er jetzt eine Superrare ist, können wir ihn noch ziehen. XYZ kombinieren. Hardwork lässt auf jeden Fall Nostalgie wieder hier. Hervorkommen. Und das letzte Pack. Was sehen wir hier? Ich weiß es noch nicht. Und ihr werdet es jetzt gleich sehen. Und wir haben hier S-Kraft. S-Kraft ist hier nochmal drin. Das ist interessant. Das ist gut zu wissen. S-Kraft ist hier nochmal drin. Sehr, sehr nett. Aber. Das war es dann auch jetzt hier. Wir können nochmal durchgehen, was wir hier so bekommen haben. Wir haben hier. Ähm. Unsere Ultraware. Vom neuen Archetype. Für Zombie Support. Wir haben das Cover-Modalz gezogen. Ist natürlich sehr, sehr nice. Wie gesagt. Neue Karte. Eisjade. Wie gesagt. Muss man mal gucken, wo die Reise hingeht mit diesem Deck. Dann Drachenbiss. Insekt. Empfänger. Stufe 4. Ist interessant. Kann man ein Auge halten. Und Blue Eyes. Dark Meditation. Bzw. Blue Eyes Support. Und nochmal Illusion. Die ich unbedingt haben wollte. Also. Hat sich ja super gelohnt. Das war hier der kleine Überblick. Ich hoffe natürlich, dass euch das Ganze hier gefallen hat. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und viel Spaß beim Duellieren. Vielen Dank.